Macht euch gemütlich, nehmt Platz, nehmt vielleicht eine Tasse Tee und jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Hallo meine YouTube-Edicts, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es kam ja jetzt schon lange nichts mehr von mir und wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, ja, haben wir in Österreich, Deutschland und ganz vielen anderen Ländern gerade Quarantäne-Time. Wir wissen alle gerade, dass wir nicht rausgehen sollten und deshalb mache ich gerade auch genau das und gehe nicht raus und ich würde euch auch alle bitten, genau dasselbe zu tun. Und ich habe jetzt auch zwei Projekte gerade angefangen, weil ich richtig Lust hatte, was Neues zu machen. Und zwar habe ich angefangen zu häkeln. Ja. Was das hier wird, könnt ihr vermutlich nicht erraten, aber ich würde voll, voll gerne einen Colunder häkeln. Also so einen Oversized Colunder mit so einem V-Ausschnitt. Ich habe auch ein paar Info-Bilder dazu, die werde ich euch hier zeigen und ich habe momentan keine Ahnung, was raus werden soll. Und da dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit auf meine Reise. Ich habe allerdings jetzt schon ein kleines Problem und zwar, das soll die Vorderseite sein. Und ihr seht hier, das ist an beiden Seiten mindestens 10 cm zu lange. Ich habe an diesem Piece jetzt aber schon mehrere Stunden gearbeitet, möchte das jetzt nicht alles auftrennen. Und mein Plan B ist jetzt, dass ich das Hinterteil einfach etwas kürzer mache und ich hoffe, dass das nicht so sehr auffällt. Die Vorlage für dieses Piece hier habe ich tatsächlich von einem YouTube-Video und zwar ist es ein YouTube-Video für einen Baby-Pollunder. Meine logische Schlussfolgerung daraus war einfach, wenn ich die doppelte Größe von diesem Baby-Pollunder nehme, dann habe ich meine Größe. Aber ihr seht, manchmal liegt Supergirl auch einfach falsch. Ich werde euch auch hier noch zeigen, in welchem Muster ich da quasi arbeite. Und zwar arbeite ich hier mit halben Stäbchen. Falls ihr nicht wisst, was es ist, dann schaut jetzt kurz zu. Ich werde es euch nämlich zeigen. So und falls ihr gar nicht wisst, wie ihr anfangen sollt, dann zeige ich euch das jetzt mal kurz. Und zwar, ich zeige es jetzt, wie ich das mache. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, aber ja, jeder macht es anders. Und zwar nehme ich den Faden von hinten, also hier ist der Handrücken und der kommt dann so innen über den kleinen Finger. Dann haben wir das so, so soll das aussehen. Ich mache es jetzt extra ganz langsam. Und dann kommt der bei mir einmal von hinten rund um den Zeigefinger. Und dann fahre ich hier von vorne um den Daumen drüber. Das heißt, ihr habt hier irgendwie so, ja, ein komisches Konstrukt. Und was ich dann mache, ist, ich fahre hier in diese Schlaufe rein und hole mir gleichzeitig von hinten diesen Faden. Durchziehen. Und so nehmt ihr quasi eure erste Masche auf. Und was wir dann machen, ist, wir machen einfach nur unsere Luftmaschen. Ich habe das Ganze wieder jetzt so genommen. Um den Daumen herum ist nichts mehr. Und ich hole mir jetzt einfach jedes Mal meine Masche so hindurch. Ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. Und bei meinem Top waren es unten insgesamt 86 Luftmaschen. Und schaut einfach, dass ihr das am Anfang nicht zu fest macht, weil dann geht das ein bisschen schwerer. Ich werde jetzt mal so ein Testing machen für euch. Das wäre jetzt natürlich viel zu kurz, aber ich zeige es euch jetzt einfach nur. Und zwar, weil wir nach jeder Reihe quasi zwei Luftmaschen nach oben machen, und das haben wir ja bei unserer ersten Reihe nicht, ist es bei der ersten Reihe ganz wichtig, dass man da einfach zwei, dass man da einfach die ersten beiden Maschen auslässt und erst in die dritte hineingeht. Ich mache das jetzt mal. Also da haben wir eins, zwei, Faden holen, dann rein in die dritte Masche von rechts, rausholen, dann habt ihr drei und diese drei einfach zusammen abmaschen. Tada! Und schon haben wir unser erstes Stäbchen. Lasst euch auf jeden Fall nicht verwirren, wenn das Ganze ein bisschen lückenhaft aussieht. Das ist am Anfang ganz normal und das sieht man dann später nicht mehr. Jede Reihe wird angefangen mit zwei Luftmaschen nach oben. Und jetzt zeige ich euch nur kurz, wie ich dieses halbe Stäbchen mache. Ich gehe einmal hier so unten durch, sodass ich zwei Schlingen habe. Und dann steche ich hier, also ich weiß nicht, man kann es hier, glaube ich, schlecht erkennen, aber ich steche hier rein. So, hole mir da eine Schlaufe und dann habe ich hier, also ihr solltet hier drei solche Schlaufen haben. Und dann holt ihr da nochmal das und zieht das durch alle drei durch. Dann habt ihr hier eben dieses halbe Stäbchen. Ein ganzes Stäbchen wäre quasi, wenn man, das zeige ich euch auch noch kurz, das machen wir hier aber nicht, aber nur, damit ihr irgendwie euch mit den Namen besser auskennt. Ich nehme hier wieder eine Schlinge, gehe dann in dieses Loch rein, hole eins raus. Dann habt ihr hier drei. Und dann gehe ich nur durch die ersten zwei quasi. Okay, so, und hole da nochmal und gehe durch die letzten zwei. Also das wäre hier ein ganzes Stäbchen und hier sieht man die halben. Die halben sehen dann eher so aus wie so, ja, wie so kleine Xe, würde ich sagen. Die sind einfach mehr zusammen. So habe ich quasi diesen dichteren Stoff bekommen, weil die halben Stäbchen, ich zeige euch, wie das ausschaut. Hier bei meinen Slippern habe ich mit ganzen Stäbchen gearbeitet. Da hat man dann einfach mehr Zwischenräume und das wollte ich aber bei meinem Polunder nicht. Ich wollte einfach, dass der so ein bisschen dichter ist. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen, aber ich bin trotzdem schon etwas weiter gekommen mit meinem Polunder. Und zwar habe ich in letzter Zeit diesen Einträger gehäkelt. Und zwar sollte das Ganze dann so aussehen, wenn es angezogen wird. Es war für mich jetzt schwer einzuschätzen, wie lange das Ganze sein sollte. Aber ich dachte mir, hier schließe ich es mal ab. Und wenn es dann am Schluss noch notwendig ist, was hinzuzufügen, dann kann man das immer noch machen. Und weil ihr euch bestimmt fragt, okay, wie mache ich denn jetzt so einen Träger? Also der Plan ist, dass da unten dann so ein V-Ausschnitt entsteht. Und ich werde euch jetzt einfach zeigen, wie wir den zweiten Träger machen. Um zu beginnen mit der linken Seite unseres Trägers, müssen wir hier in das linke Loch vom rechten Träger quasi, also hier fängt es an und hier muss ich rein. So. Und wir holen uns jetzt quasi unseren Faden, indem wir hier einmal den Faden durchziehen und dann, das kann auf der Seite, wo das Ende ist, ruhig ein bisschen kürzer sein, dann nehme ich beide und ziehe die beide durch das Loch hindurch. Und danach müsst ihr schauen, dass ihr den Faden, der kürzer ist, also quasi euer Ende, hindurch zieht. Jetzt haben wir hier den Faden, also das Ende und können quasi mit unserer Reihe beginnen. Damit euch der nicht so stört, könnt ihr den auch quasi hinter euer Piece legen und dann einfach loslegen. So, wie jede Reihe beginnen wir jetzt mit zwei Luftmaschen. Für alle, die es noch nicht kennen, was eine Luftmasche ist, das ist einfach eine Masche nach oben. Eins. Also ich hole das hier und ziehe es einfach durch die Schlaufe durch. Und zwei. Und jetzt beginnen wir so, wie ich eigentlich das ganze restliche Teil gehäkelt habe. Ups, ist gar nicht so einfach mit der Kamera. Mit, ähm, ja, mit den halben Stäbchen. Also wie ihr euch schon denken könnt, mache ich diese Reihe halber Stäbchen jetzt fertig bis hier hin. Ich bin jetzt am Ende angekommen und was ihr nach jeder Runde ausnahmslos machen müsst, ist, ihr dreht euer Piece um und startet mit zwei Luftmaschen. Welcome to the other side. Ich habe das Ganze jetzt umgedreht. Jetzt starten wir wieder, wie eben schon erwähnt, mit zwei Luftmaschen. Und machen dann unsere Reihe fertig bis nur noch, Achtung, zwei Maschen am Ende übrig bleiben. Ich zeige euch dann gleich, was ich damit mache mit den letzten beiden Maschen. Ich habe jetzt also nur noch zwei Maschen übrig. Und diese zwei Maschen, das ist jetzt ganz wichtig, die werde ich zusammen abmaschen. Was das heißt, zeige ich euch gleich. Also wir gehen ganz normal wieder vor, stechen hier durch, holen uns hier eines. Aber was wir dann nicht machen, ist, dass wir diese Masche abmaschen, sondern wir gehen dann gleich auch noch in unsere nächste Masche rein, holen uns hier wieder ein Schläufchen, sage ich mal. Und dann ziehen wir das durch alle fünf Maschen hindurch. Voila, diese Masche wurde gemeinsam abgemascht. Und jetzt wieder zwei Luftmaschen. Und dann gibt es noch einen besonderen Trick, den ihr beachten müsst. Und zwar habe ich jetzt meine Arbeit wieder gedreht. Ich starte wieder, wie gewohnt, mit zwei Luftmaschen. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir lassen die erste Masche, das wäre hier, lassen wir aus und starten einfach ganz normal mit der zweiten Masche. Und dadurch, dass wir das machen, entsteht dieser V-Ausschnitt, weil wir hier quasi eine Masche wegnehmen und dann bekommen wir hier diese Diagonale. Und jetzt arbeiten wir mit halben Stäbchen, wie gewohnt, bis zum Ende. Und dann wiederholen wir dasselbe einfach wieder. Wir arbeiten wieder nach innen, maschen die letzten zwei Maschen gemeinsam ab, drehen das Ganze um, machen zwei Luftmaschen, setzen die erste Masche aus. Und arbeiten uns wieder bis zum Ende hindurch. Und so lange habe ich das gemacht. Also hier seht ihr es auf dieser Seite. Ich habe das so lange gemacht, bis ich hier nur noch 17 Maschen übrig hatte. Das war also für mich eine gute Breite. Man kann das natürlich dünner machen oder dicker machen, indem man einfach hier schon früher damit anfängt. Und dann habe ich meine 17 Maschen hier ganz normal fortgeführt. Hallo, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe mir jetzt erstmal einen Matcher gemacht und werde euch jetzt zeigen, was ich in der Zwischenzeit so gemacht habe. Ich habe nämlich mein komplettes Hinterteil bereits fertig gemacht. Es gab gar nicht mehr so viel zu erklären. Ich habe das auf dieselbe Weise gemacht wie quasi mein Vorderteil. Am Schluss ist es natürlich ganz wichtig, dass das miteinander passend gemacht wird. Was man hier aber auch noch sehen kann, ist, dass mein Vorderteil, das ist dieses hier, deutlich länger ist als mein Hinterteil. Das habe ich aber mit Absicht gemacht, weil wie eben vorher schon gezeigt, war das Ganze ein bisschen zu lange vorne. Und jetzt, bevor wir das Ganze zusammennähen, ist es natürlich auch wichtig, dass wir das vorerst mal irgendwie abstecken und probieren, ob es auch so passt. Ich hoffe natürlich, dass es passt. Es hat mich mehrere Tage Arbeit gekostet. Ich habe jetzt einfach mal meinen Blazer ausgezogen und werde das mal so gut ich das kann an mir irgendwie befestigen. Immer berücksichtigen. Ich bin keine Schneiderin. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe es einfach so wie ihr jetzt mit einem Tutorial zu Hause gemacht. Oh, shit. The struggle is real. So, ich habe jetzt beide Seiten aufeinander gelegt. Wichtig ist, dass es eben unten gleich lang ist und oben natürlich. Und hier sieht man auch, da fangen die Träger vorne an und hier hinten. Das sollte auch natürlich passen. Und was wir jetzt machen ist, ich fange jetzt einfach mal an, oben bei den Trägern das hier zusammen zu nähen. Ich drehe es jetzt am besten nochmal um, damit man das besser sehen kann. Für diesen Step brauchen wir wieder unsere Wollnadel. Und jetzt habe ich auch gleich schon einen längeren Faden quasi abgeschnitten. Und jetzt fangen wir an, das Ganze zu vernähen. Wir schauen, dass wir immer hier oben die ersten, also die Anfangsmaschen miteinander vernähen. Ich gehe jetzt gleich in die erste Reihe rein. Und damit der Faden nicht durchrutscht, machen wir hier gleich einen Knoten rein. Also einfach einen normalen Knoten, am besten gleich zwei davon. Und jetzt einfach immer die ersten beiden Maschen oben quasi. Den Faden, den wir hier noch übrig haben, vom anderen Ende können wir eigentlich gleich so mitnehmen. Das heißt, ich fahre jetzt in diese oberen zwei Maschen rein. Vielleicht nehmen wir den gleich so mit. Und ziehe das so. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Es ist nämlich gar nicht so einfach bei diesem grauen Faden, das alles gut zu erkennen. Aber ich fahre eigentlich immer bei der gleichen Seite rein. Und nehme dann quasi die ersten beiden Maschen mit. Und das machen wir jetzt bis zum Ende unseres ersten Trägers. Hier beim Ende angekommen, können wir eigentlich wieder schauen, dass wir hier zwei Knoten rein machen, damit sich das Ganze nicht auflöst. Bevor wir ihn abschneiden, das würde ich euch immer empfehlen, nehme ich da noch den Faden und verstecke ihn quasi hier im Gewebe. Nur einen kleinen Teil. Und danach. So. Danach könnt ihr ihn abschneiden. Und dann macht ihr dasselbe einfach auch auf der anderen Seite. So, wir haben jetzt also unsere beiden Träger mit dem Rückenteil verbunden. Ich habe jetzt mein Piece gewendet. Hier ist mein Rückenteil und hier das längere Vorderteil. Es wird ein bisschen trickier, aber wir schaffen das trotzdem. Ich fange hier unten in der rechten Ecke an. Und eigentlich machen wir das im Prinzip genau gleich wie auch schon bei den Trägern. So, diese Seite ist jetzt fertig. So sieht quasi die innere Seite aus. Und wenn wir es dann umdrehen, sollte hier halt eine gerade Naht entstehen. Wir drehen unsere Arbeit um und machen jetzt einfach genau dasselbe noch auf dieser Seite. So, ich bin jetzt fast fertig. Es sieht schon so gut wie fertig aus. Ich habe jetzt alle Fäden, die hier noch irgendwie rausgestanden haben, brach vernäht. Das ist jetzt trotzdem noch die Innenseite. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich diesen Step überspringen soll oder nicht. Aber in diesem Tutorial, das ich mir angeschaut habe und das ich euch auch unten verlinken werde, wurde das Ganze quasi außenrum nochmal mit festen Maschen vernäht. Und ich mache das jetzt einfach auch. Ich zeige euch jetzt ganz kurz hier nur über diesen V-Ausschnitt, wie ich das Ganze mache und wie ich da starte. Ich schlinge mir quasi hier den Faden an. Ich habe hier jetzt schon hier hinten links oben angefangen. Ich schlinge mir jetzt quasi hier oben links den Faden hier rein. So. Und jetzt fange ich einfach an mit, also ich ziehe mir das hier noch so ein bisschen fester. Jetzt mache ich einfach feste Maschen rundherum, um meinen Ausschnitt herum und bis, also so lange, bis ich dann wieder bei meinem, bei meinem vorderen Teil ankomme. Eine feste Masche sieht so aus. Wir gehen hier einfach mal hier rein in dieses Löchlein, holen uns was raus und dann ziehen wir das Ganze so durch. So. Perfekt. Perfekt. Und das mache ich jetzt einfach rundherum. So, ich wollte euch nur noch ganz kurz zeigen, wie das jetzt aussieht. Ich finde, man kann es ganz gut erkennen. Es ist einfach gut vernäht, sage ich jetzt mal. Und das werde ich jetzt noch hier machen, also hier außen und hier natürlich und unten. Und dann sind wir endlich fertig. Was soll ich sagen, Leute? Ich liebe es einfach. Es ist so gut kombinierbar. Man kann es ohne etwas anziehen, aber auch über die verschiedensten Blusen. Gestern hatte ich es schon über eine weiße Bluse angezogen, heute dann über die grüne. Was kommt morgen? You never know. Und ja, falls ihr es nachmacht, verlinkt mich auf jeden Fall auf Instagram. Ich würde mich voll freuen. Und ich reposte das alles auch sehr gerne. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Häkeln. Tschüss. Tschüss. Tschüss.